hallo ihr lieben heute möchte ich euch das nagel design set von disney violetta vorstellen dieses set beinhaltet eine arbeitsplatte im violetta style einen nagellack trockner eine nagelfeile die kussblätter mikro perlen schillerndes dekorationsmaterial farbiges glitzerpulver und bebilderte anleitung von hinten aus das ist die verpackung ich habe jetzt gerade gar nichts drauf meine nägeln kein nagellack nichts das werde ich an meinen fingern testen heute ich bin nämlich gespannt ob dieser nageltrockner auch wirklich gut funktioniert jetzt fangen wir mal an ich habe batterien reingelegt ist alles drin ich würde als erstes natürlich meine nägel schön in form pfeilen so 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 danke fürs zuschauen das war es von mir bis zum nächsten mal tschüss äh so 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 so